Yo Leute was geht, willkommen zurück zu Diablo 4 und wie ich es euch versprochen habe geht es heute nochmal um den Tornado-Bild von mir zusammen mit Tyrael's Macht mit dem Uber-Unik, was ja eigentlich so nicht in dem Bild gespielt wird, aber alleine, weil es das neue Uber-Unik ist, ihr kennt das, habe ich das mit reingenommen und die maximalen Widerstände und so weiter sind da ganz cool. Ich muss direkt vorab sagen, es gibt immer noch so viel Verbesserungspotenzial in dem Spiel, alleine mit der Änderung der Greater Affix, also mit der Hinzufügung von Greater Affix in dem Spiel, hat man so eine extreme Spanne noch, wie man stärker werden kann im Spiel. Ich habe nicht ein Item, was Biss ist, also Best in Slot, überall ist noch Verbesserungspotenzial, deswegen denke ich, dass hier auf jeden Fall noch was hochgehen kann. Bevor ich hier auf alles eingehe, da hat sich ja einiges zum letzten Mal, als ich ein Bild gezeigt habe, geändert, wollte ich euch zeigen, wie der Bild so funktioniert, weil man kann den, wie ich es hier gerade habe, mit Windschere spielen, ihr könnt Windschere aber wegmachen, auch wegmachen und dafür Rabe spielen. Das geht beides, wenn ihr zwei Faktoren berücksichtigt. Erstens, ihr müsst unbedingt ein Sturmgebull haben mit 25% im Aspekt, das ist super wichtig, auch wenn ihr nur 22% habt, da denkt ihr wahrscheinlich erst mal, oh 3%, das ist nicht so viel, aber es kann sehr viel sein. Dann ist es ganz wichtig, dass eure Ressourcenkostenreduktion bei mindestens 50% ist, am besten noch höher, wie ich hier gerade habe, 58% und Geisteskraft erzeugen muss mindestens auf 20% sein, weil so bekommt ihr anstatt 4 Geisteskraft 5 Geisteskraft von Sturmgebüll. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, Tornado durchgehend zu zünden und ihr seht, dass die Geisteskraft eigentlich die ganze Zeit voll ist und das liegt tatsächlich nur daran, dass Sturmgebüll so krass prockt. Ich habe kein bisschen Glückstreffer drin, kein gar nichts, ich drücke nur Tornado gedrückt und kann das durchgehend gedrückt halten mit den Ressourcen. Was ich euch dafür ganz doll empfehlen würde, ist auf dem einen Ringslot hier die Härtung, Ressourcenerzeugung oder Ressourcenkostenreduktion zu haben und nochmal Ressourcenkostenreduktion auf dem Arfix, am besten auch ein Greater Arfix und ganz wichtig den auch mit beim Schmied zu treffen, beide oder den Greater Arfix, eins von beidem. Das gleiche habe ich hier auch nochmal auf dem Amulett mit den Ressourcenkostenreduktionen, aber wo ihr das herbekommt ist eigentlich egal, Hauptsache es sind am Ende 50% oder am besten sogar noch ein bisschen höher. Jetzt habe ich einfach nur drauf gehauen, es gibt aber natürlich auch ganz viele Schadensfaktoren. Also der Schaden kann hochgehen so ungefähr bis 8 Millionen aktuell bei mir, mit einer Überwältigung des Angriffs sogar über 10 Millionen, aber dafür müssen einige Dinge passieren. Erstmal müsst ihr ganz oft wildherzige Hunger procken, dafür gibt es immer dieses Einkommen 5% mehr Schaden bis zu 20 mal stapelbar. Immer wenn ihr einmal Tornado gezündet habt, müsst ihr einmal Sturmgebrüll machen, dann wieder Tornado, einmal Sturmgebrüll oder das im Wechseln mit Niedertrampeln, um immer wieder die Form zu wechseln und immer wieder 1,5% mehr Schaden zu machen. Dazu kommt noch mit Raben macht ihr 40% mehr Schaden, das ist richtig krass, gerade für Bosse. Und mit Leichenranken, wenn drei Gegner um euch herum vergiftet sind, macht ihr nochmal 45% mehr Schaden. Dazu kommt, dass ihr nochmal mehr Schaden macht, wenn ihr 75 Geisteskraft ausgegeben habt und das alles zusammen kann dann so extrem hochgehen, dass ihr bis zu 5, 6, 7, 8 Millionen macht, jetzt so gerade wie ich ihn gebaut habe. Ihr seht hier schon, ich habe so durchgehend 3, 4 Millionen und habe leider gerade nicht die Möglichkeit Wildherzen und Hunger zu kochen. Was ihr auch machen könnt, das ist ganz wichtig für alle Leute, die vielleicht die ganz ganz hohen Gruben anpeilen. Wenn ihr die ganz hohen Gruben anpeilt, würde ich euch raten, Zenit des Jägers rauszunehmen und dafür einen richtig richtig guten Ring mit reinzunehmen. Ihr könntet auch überlegen, den Welt so anzupassen, dass ihr sternenlosen Himmelring mit reinnehmt und dafür nirgendwo anders auf Ressourcen geht und das alles nur über den Ring laufen lasst. Kleines Problem, Schnellwandlung und geschärfte Sinne geben extrem viel Schaden. Dafür ist der Aspekt in den hohen Gruben nicht mehr sinnvoll. Also dann müsst ihr mal schauen, es könnte Sinn machen, Zenit des Jägers in den ganz hohen Gruben rauszunehmen und damit dann auch Wildherzen und Hunger rauszunehmen, weil ihr diesen Wechsel nicht mehr durchgehend machen könnt. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik, vielleicht für Grubestufe 100 und plus. Muss man dann einmal gucken, wenn es soweit ist. Dann ist ganz wichtig, dass ihr auf den Handschuhen einen Greater Arfix mit Tornado Leveln habt. Jedes Tornado Level gibt eine halbe Million, wenn nicht sogar noch mehr im Crit. Und ihr seht gerade, ich habe hier gerollt und habe leider nur in Anführungsstrichen drei Level auf Fertigkeiten des Typs Kern. Das kann also auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel besser werden. Alles weitere würde ich einmal unten im Bild euch reinpacken. Den Bild habe ich angepasst. Also für alle, die das erste Video damals geguckt haben, RIP. Wenn ihr auf den Bild klickt, dann seid ihr wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Aber den habe ich angepasst, so wie ich ihn mir vorstelle. Das bedeutet hier mit den Tornado Leveln, mit den Greater Arfixen, mit den Crits, die überall gehittet werden. Mit der perfekten Hose, die mir auch immer noch fehlt. Und, 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 was hier alles reinkommt. Und um euch das einmal jetzt zu demonstrieren, würde ich im Schnelldurchlauf einen 61er. Weil das ist für mich die Marke, die sollte ein Bild schaffen, um überhaupt bestehen zu können. Weil 61 ist wichtig, um Niedereisen bekommen zu können. Ihr schafft mit dem Bild auch gut und gerne 70 oder auch 80. Da, wo ich gerade hänge, ist die 83. Also bei 83 bin ich bisher nicht weitergekommen. Kann aber sein, wenn ich eine richtige Hose habe, wenn ich die perfekten Handschuhe habe. Und wenn alles Level 12 ist und ich noch ein bisschen Glück habe mit den Greater Arfixen, dass ich hier noch höher komme. Auf Stufe 100 sollte echt eigentlich machbar sein. Ich würde aber jetzt zur Demonstration einmal Stufe 61 zeigen. Ich glaube, das ist auch das, was am interessantesten ist. Das muss man auf jeden Fall mit einem Bild schaffen können, um damit bestehen zu können. Ich benutze hier natürlich auch einen kleinen Trick. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Die 2-Trank-Trick. Wenn ihr die noch nicht wisst, dann checkt auf jeden Fall nochmal ein altes Video ab. Man kann 2 Tränke auf einmal zünden. Ich weiß nicht unbedingt, ob es ein Trick ist. Auf jeden Fall ist es so intended. Ihr könnt einmal diesen Trank hier trinken. Elixier des Anti-Venens. Und noch einen. Und hier zum Beispiel den Ressourcen-Kosten-Reduktions-Trank. Da habe ich sowieso schon drin. Den refreshe ich nochmal. Und dann würde ich jetzt hier einmal mit euch ein bisschen was vom Dungeon zeigen. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen sehen, wie der Schaden hochgeht mit den Procs von Wildherzen Hunger. Und dann, wenn alle Bonis gleichzeitig dabei sind. Ich glaube, das ist dann auch nochmal spannend zu sehen, wie viel Schaden dabei rauskommen kann. Was für mich auch immer sehr wichtig war, war die Verteidigung. Weil ich echt oft das Problem hatte, dass die Gegner mich viel zu schnell und viel zu einfach besiegt haben. Ich habe gut Schaden rausgehauen, aber die Verteidigung war echt ein Problem. Und da kann ich euch eigentlich nur einen Tipp geben. Season 4 ist die Season des Lebens. Also, na klar könnt ihr eure Armor auf 9.230 ziehen und auch eure Widerstände maximieren. Und auch Schadensreduktion auf 20-30% bekommen. Aber danach ist Schluss. Ihr könnt also nicht noch mehr Rüstung nehmen oder noch mehr Widerstände. Natürlich habe ich ja Tyrael's Macht drin. Aber abgesehen davon habt ihr nur noch die Möglichkeit, Leben hochzuskillen. Und bei Leben gibt es kein Kev. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall direkt am Anfang auch beachten, dass ihr gut auf Leben geht. Gerade mit den königlichen Juwelen, die ihr überall drin haben solltet. Und mit Maxlife gecrittet und mit Greater Arfixen auf der Waffe, die mal eben 3000 gibt. Oder 4000 sogar auf Level 12, wenn ihr zweimal gecrittet. Und dann nochmal prozentual mit den Tränken. Kommt ihr ganz, ganz einfach auf 60, 70, vielleicht sogar 80.000. Und das hilft dann auch bei den höheren Crewen, um länger zu überleben. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zur Taktik, wie ihr den Bild hier spielt. Ihr drückt natürlich als Damage-Dealer die ganze Zeit nur Tornado. Wenn ihr eine Elite-Gruppe seht, dann mache ich immer Leichen, mache ich immer Giftranken und den Raben. Eins von beiden, was gerade da ist. Um mehr Schaden rauszuhauen. Und Niedertrampeln eigentlich nur, wenn ich akut Ressourcen brauche. Weil ab und zu kann es schon mal vorkommen, dass man Ressourcen leerläuft. Wenn ihr kein Glück hattet mit den Glückstreffern bei Sturmgebrüll. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass ihr keine Ressourcen habt. Dafür halte ich mit denen immer offen. Oder auch als das schon eher als Crowd-Control-Break. Weil durch Niedertrampeln werdet ihr ja unstoppable. Deswegen versuche ich mit Niedertrampeln immer offen zu halten, falls ich mal einen Crowd-Control habe. Und wo ich dann schnell weg muss. Und Sturmgebrüll mache ich eigentlich bei jeder neuen Gegnergruppe, weil das Gegner halt schwächt und mich stärkt. Deswegen Sturmgebrüll, das seht ihr und hört ihr vielleicht auch schon, mache ich wirklich oft. Weil mit Zenit des Jägers wird er auch immer wieder geresettet und gibt euch halt jedes Mal wieder 1,5% mehr Schaden. Und das deckt wirklich hoch, das merkt man. Ich glaube, Wildherzen und Hunger ist irgendwo ganz am Ende der Nahrungskette. Und wird dann ganz am Ende nochmal dazu gerechnet. Also wenn ihr ein paar Mal Sturmgebrüll drückt, dann merkt ihr schon, wie der Schaden da extrem hoch geht. Und beim Boss mache ich eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit Fähre gedrückt zu halten. Ab und zu Niedertrampeln zu drücken und alle anderen Abklingzeiten. Und dann, wenn es drauf ankommt, Healing. Aber ihr seht schon, der schmilzt dahin. Und ich sage es euch, ihr schafft ganz sicher auch Stufe 70, 80. Und ich bin davon überzeugt, wenn ihr einen richtig guten Bild hiermit aufstellt. Und die richtigen Greater-A-Fixer habt. Und die richtigen Crits und die Level 12 Waffen und Items. Schafft ihr hier auch über Level 100. Wir können hier gerade nochmal durchgehen, was für mich wichtig war mit den Crits. Bei der Waffe, habe ich ja schon mal gesagt, maximales Leben finde ich sehr, sehr wichtig. Und ihr seht schon, ich habe 34% Ressourcen-Kosten-Reduktion auf der Waffe mit Greater-A-Fix. Und mit 2 Crits. Wildherzen und Hunger, da ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig. Am besten ist natürlich, wenn ihr 3x Schadensreduktion kritten würdet. Aber Schadensreduktion, Bewegungsgeschwürdigkeit, Critschance, alles super. Überwältigungsschaden wäre ganz schlecht. Wenn ihr Überwältigungsschaden direkt am 1. oder beim 2. bekommt, würde ich das Ganze nochmal versuchen. Bei der Hose ist ganz wichtig, Willenskraft, Max-Life, Rüstung. Das sind die 3 Dinger, die ihr auf jeden Fall auf der Hose haben müsst. Ihr könnt natürlich auf der Hose auch anstatt Willenskraft Widerstände haben. Und dafür die Widerstände auf dem Ring was anderes haben. Tag Speed oder nochmal Ressourcen-Kosten oder oder oder. Da könnt ihr ein bisschen hin und her schwanken. Bei den Handschuhen, wie gesagt, ganz wichtig, Tornado. Critschance würde ich auf jeden Fall Greater Afix nehmen. Weil Critschance braucht ihr meiner Meinung nach mindestens 50%. Ich habe jetzt hier 51%. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ihr krittet eigentlich die ganze Zeit. 50% ist der Wert, den ihr braucht. Höher müsst ihr meiner Meinung nach nicht gehen. Weil das gibt euch deshalb nicht mehr Schaden. Das gibt euch nur die Chance auf einen Crit. Und ihr habt gerade gesehen, ihr krittet eigentlich die ganze Zeit. Ja, Tyrael zu macht. Wenn ihr da ein Greater Afix habt, wäre super. Critten wollt ihr auf alles, außer alle Werte. Am besten komplett auf Schadensreduktion. Aber so wie es hier ist, ist es auch schon super. Ja, Sturmgebrüll ist ein Greater Afix komplett nutzlos. Wichtig sind da wirklich nur die 25%. Und wo ihr krittet, ist eigentlich auch egal. Auf dem Amulett könnt ihr sogar überlegen, ob ihr Bewegungsgeschwindigkeit weg macht. Meiner Meinung nach braucht man Bewegungsgeschwindigkeit nicht so wirklich. Und könnt ihr dafür vielleicht lieber Attack Speed nehmen. Zenithis Jägers. Habe ich jetzt hier ein Greater Afix auf Schaden. Während des Gestaltwandels. Das ist schon ganz cool. Zenithis Jägers ist ein Ding, da braucht ihr auf jeden Fall Max. Und auf jeden Fall Greater Afixe. Also wenn ihr Zenithis Jägers mit 4 Greater Afixen habt. Leute meldet euch bei mir, ich kauf den. Und dann nochmal einen Ring. Ich habe hier halt die Widerstände drin, weil mir Widerstände gefehlt haben. Ja, ich habe aber auch schon. Ich habe auch 77% Widerstände, auch wegen Tyraels macht. Ja, da müsst ihr da ein bisschen rumspielen. Wichtig ist wirklich, dass ihr die Widerstände voll habt. Rüstung auf 9320. Und dann das Leben so hochhauen, wie es nur möglich ist. Als Zweihandwaffe würde ich immer auf die Axt gehen. Damit ihr am Anfang richtig schön viel Schaden haut. Und vielleicht die Gegner one-hitted. Ihr könntet aber auch bloß keinen Kolben nehmen. Aber ihr könntet auch einen Stab nehmen. Weil ihr die Gegner mit Gift und Verlangsamen und den Ranken mit Kontrollverlusten belegt. Und damit, das würde auch gehen. Aber ich bin eher ein Zweihand-Axtyp. Und ja, das ist der finale oder zumindest mal fast finale Tornado-Bild. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Bild. Ich denke, dazu wird jetzt auch nichts mehr kommen. Ich habe den Druiden so gut es geht durchgespielt. Ich werde natürlich noch auf die ein oder anderen Sachen grinden. Vor allen Dingen den Greater Arfix auf Tornado und Critschungs will ich haben. Den will ich unbedingt noch haben. Und eine bessere Hose. Also diese beiden Sachen, die sind mir echt ein Dorn im Auge. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Bild. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch den Tornado-Bild spielt. Ich weiß, dass viele, auch aus dem Stream, den Bild sehr cool fanden und finden. Und den sehr, sehr gerne gespielt haben. Aktuell gibt es ja diesen OP-Bash-Bild von Rob. Den bin ich aktuell am Ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt, wie der wird. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt und auch weiteres nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Sehr gerne über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.